Das ist eine wichtige Frage. Die bringen ihre Werte mit, ihre Kultur. Und es wäre naiv zu glauben, dass die Mehrheit, die nach Deutschland kommt, ja aus islamischen Staaten, die teils islamistisch gesprägt sind, dass die hier wirklich ihre eingeprägten Denkkonstrukte, Weltansichten einfach ablehnen können, dass wir die alle integrieren können. Ja, wir hören, es ist einfach ein Problem. Du rufst Asyl, kommst rein. Dann kommen dann die Kollegen von der Bundespolizei und holen in der DDR, hieß es, glaube ich, damals noch Winkelemente, holen die Winkelemente raus, winken und sagen, herzlich willkommen in Deutschland. Sarah, was bedeutet das denn im Umkehrschluss für die Sicherheit Deutschlands? Das muss man ja auch mal sehen, was die Folge dessen ist. Zunächst, Herr Teggers hat einen extrem wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Asylschutz. Es wird uns nämlich immer noch eingeredet, ja es ist wie so ein Mythos, der sich sehr stark hält, dass die Mehrheit der Menschen, die zu uns kommen, hier Asyl steht, tatsächlich auch Menschen sind, die Schutz suchen, die Flüchtlinge sind. Und man setzt das gleich, Asylantragsteller mit politischen Flüchtlingen. Es ist aber de facto nicht so. Wenn wir uns die Zahlen anschauen aus der Asylstatistik, dann hat nur, ich habe es mir aufgenommen, nur 13 Prozent erhielten in diesem Jahr, also im ersten Halbjahr, bisher die Flüchtlingsrechtsstellung. Das sind 20.400 Menschen. Und der ganze Rest, insgesamt haben über 150.000 Menschen jetzt schon Asyl gestellt im ersten Halbjahr. Der Rest davon hat eben nicht diese Rechtsstellung. Und das muss man sich mal vor Augen halten, wie groß diese Zahl ist. Also die Mehrheit davon stellt einen Asylantrag, die sind erstmal Asylantragsteller. Und dann hast du mich gefragt, was bedeutet das für unsere innere Sicherheit? Illegale Migration sehe ich als die größte Gefahr für die Sicherheit in unserem Land. Und die eigenen Bundespolizisten müssen auf diese fahrlässige politische Anweisung von Innenministerin Feser eben nicht konsequent Menschen zurückzuweisen, die hier gar keinen Schutz suchen, können die nicht für die Sicherheit der Menschen sorgen, indem die das nicht ausführen können. Obwohl ja jetzt die rechtliche Grundlage wäre, weil wir überall an allen Landgrenzen Grenzkontrollen haben. Und jeder Bundespolizist mit seiner ehrenhaften Arbeit an der Grenze weiß halt besser als Innenministerin Feser, dass die Zeit wirklich tickt. Weil wenn jedes Jahr um die 300.000 Menschen zu uns kommen und ein Großteil davon aus islamischen Staaten, die teils sehr islamistisch geprägt sind, das gehört ja zur Wahrheit dazu, müssen wir uns ja auch endlich mal ehrlich machen. Wer kommt eigentlich zu uns? Woher kommen diese Menschen? Und darunter ist ein Großteil eben kein politischer Flüchtling. Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut in Deutschland seit 2015 bis heute, wie sich das alles verändert. Kriminalität, Gewalt, Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, Morde, Sexualdelikte, Terror, Islamismus, Bandenkriege. Und wenn man sich das jetzt überlegt, wenn die illegale Migration so weiterlaufen, die Bundespolizisten an den Grenzen nicht Menschen zurückweisen können, die hier gar keine Asylberechtigung haben. So, was wird dann in den nächsten Jahren passieren mit diesen Zahlen? Das ist einfach eine Horrorvorstellung. Ja, es ist eine Horrorvorstellung, weil eben nichts passiert. Obwohl ja seit Montag, nennt sie Faeser, schärfere Grenzkontrollen durchführt. Sie bleiben ohne Effekt. Und es geht im Grunde genauso weiter. Die letzten Terroristen, muss ich noch sagen, Soling, Mannheim, die Terrortaten, die schrecklichen dieses Jahr. Das waren zwei illegale Migranten, die kamen hierher, die sind illegal nach Deutschland eingereist. Die hatten kein Recht auf Asyl. Und die haben diese schrecklichen Terrortaten begangen. Sie durften hierher kommen in das Land, sind eingereist. Was haben sie in ihrem Koffer mitgebracht? Nur Islamismus. Also drei Dinge braucht es. Erstens, wir brauchen natürlich Grenzkontrollen. Keine Frage. Aber mit voller durchschlagender Befugnis der Zurückweisung, was ich gerade erklärt habe. Zweitens, wir müssen unbedingt in Deutschland an den sogenannten Pull-Faktoren arbeiten. Ich sage es immer wieder, Bett, Brot, Seife. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das hat das Oberverwaltungsgericht Münster und das Oberverwaltungsgericht im Saarland definiert als Mindeststandard für die Unterbringung für Flüchtlinge. Das bedeutet Gemeinschaftsunterkunft, Gemeinschaftsverpflegung, medizinische Notversorgung von Geld. Egal, ob als Bezahlkarte oder im Bargeld, ist da keine Rede. Und drittens, wir brauchen unbedingt mehr Abschiebehaftplätze für diejenigen, die es trotzdem versuchen, hier Asyl zu beantragen. Denn was macht das für einen Sinn, jemanden, der kein Bleiberecht hat, auf freiem Fuß zu belassen? Nur mal eine Hausnummer. Wir haben nicht mal mehr 500 Abschiebehaftplätze, die wir nutzen können. Demgegenüber stehen alleine 50.000 sofortvollziehbar ausreisepflichtige Ausländer und 50.000 Dublin-Fälle. Alles in den 300.000 ausreisepflichtigen Ausländern. Also daran kann man schon erkennen, dass das mit den Kapazitäten, die die Länder derzeit vorhalten, überhaupt nicht umsetzbar ist. Also nur diese drei Dinge müssen ineinander greifen. Dann macht es Sinn, langfristig. Das werden wir auch nicht morgen erreichen können. Aber in den nächsten Jahren. Wir müssen nur jetzt die Weichen stellen. Das ist ganz wichtig. Ich greife zum Beispiel Tobik 80 in unsere Kommentare. Um das Problem zu lösen, wird es mehr als zehn Jahre dauern, befürchte ich. Ist das eine realistische Einschätzung? Das ist realistisch. Nur wenn wir nicht anfangen, irgendwann mal da einen Riegel vorzuschieben, dann wird das wahrscheinlich gar nicht mehr in den Griff bekommen. Ich habe eine Frage, Herr Teggert. Es gibt ja eine Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht in Münster, was Syrien betrifft, dass es dort durchaus sichere Regionen gibt. Ich habe gestern ein Video gesehen von einer Party in Damaskus, wo die Menschen gefeiert haben auf einer Technoparty. Es ist ja eigentlich ausgefasst wie in Berlin, wie im Westen. Und deswegen würde ich Sie fragen, wenn es so wäre, dass man das aufschiebt, dass man dahin wieder abschieben kann, würde das auch verhindern, dass so viele Menschen von Syrien oder auch die in der Türkei sind, Syrer, hierher kommen? Ja, erstens das. Und zweitens würden wir ja mal all die sogenannten Subsidierschutzberechtigten, wo die Syrer zu zählen, aber auch die Afghanen, dann auch mal wieder außer Landes bringen können. Wie viele sind das ungefähr? Das sind ungefähr zwei Millionen. Die Asylanträge sind ja abgelehnt. Also ein Asylgrund liegt nicht vor, definitiv nicht. Die können halt nur nicht außer Landes gebracht werden, weil es einen Abschiebestopp genau in diese beiden Länder gibt. Und da muss man natürlich auch ran. Man muss natürlich jetzt gucken, wer muss denn wirklich zwingend noch in Deutschland bleiben und wer nicht. Und das gehört natürlich zu dem Paket mit dazu, ist völlig klar. Deutschland ist das Hauptziel in der EU von illegaler Migration. Und die beginnt natürlich an den EU-Außengrenzen. Besonders die Balkanroute ist beliebt, aber auch das Mittelmeer, Italien, Spanien, dort kommen Boote an. Menschen stürmen auf die Grenzen zu, so wie wir es am Sonntag gesehen haben, am Sonntag in Ceuta, an der Grenze von Marokko, Spanien. Hunderte Migranten wollten den Grenzzaun stürmen. Es waren bedrohliche Szenen. Und dort steigt gerade die illegale Migration extrem. Bei Ceuta um 143 Prozent, auf den Kanaren sogar um 126 Prozent. Spanien läuft auf ein Rekordjahr wieder zu bei illegaler Migration. 700 Menschen versuchen täglich, die Grenze bei Ceuta zu überqueren. Und ich finde, man muss es auch manchmal, oder man muss es mittlerweile so klar benennen. Das, was wir da sehen, diese Bilder, wie Menschen versuchen, die Grenze zu stimmen, wie viele das sind. Wir haben nicht oft diese Bilder, ja. Und ich finde, das ist eine Invasion und man muss es mittlerweile auch so nennen. Und wir müssen endlich aufhören, die illegale Migration uns schönzureden. Denn was bringen diese Menschen in ihrem Koffer mit? Das ist eine wichtige Frage. Die bringen ihre Werte mit, ihre Kultur. Und es wäre naiv zu glauben, dass die Mehrheit, die nach Deutschland kommt, ja aus islamischen Staaten, die teils islamistisch gesprägt sind, dass die hier wirklich ihre eingeprägten Denkkonstrukte, Weltansichten einfach ablehnen können. Dass wir die alle integrieren können. Unsere westliche Kultur. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und warum sage ich Invasion? Weil ich wirklich glaube, dass sie das Gegenteil von guten Werten in ihrem Koffer viele mitbringen. So mit nach Deutschland. Dieses Land wollen einige verändern. Ich glaube, das ist in dem Koffer drin. Dass man eigene Parallelgesellschaften gründen will, bis sie irgendwann nicht mehr parallel sind. Und weißt du was? Wir sehen das doch schon. Wir sehen das in Frankreich. Ja? Wo Vororte gewissermaßen verloren sind. Schweden auch. Wo Schulen gebaut werden von der Muslimbruderschaft, wo Geschlechtertrennung herrscht. Wir sehen das in Großbritannien, wo manche Stadtteile von Städten schon, wie gesagt, verloren sind. Da hat sich eine Parallelgesellschaft gegründet, die auch schon nicht mehr parallel ist. Da hat man das Gefühl, das ist nicht mehr parallel. Die haben da eine eigene Gesellschaft gegründet und man kann die auch nicht mehr irgendwie verhindern. Die haben da ihre Scharia-Regeln gemacht. Und deswegen sage ich, muss man das Wort Invasion auch teilweise bezeichnen. Weil ich glaube, dass manche Menschen mit einem Ziel der Unterwanderung herkommen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020